Norddeutscher Rundfunk 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 Und wir sind froh, dass es ihn gibt. 940! Yes! Alright! Vielen Dank! Sehr schön! Ah! Schöne Röntgen! Sehr schön! Sehr schön! Herzlich willkommen! Ach ja, das Geschenk! Das Gedicht, wer liest es vor? Hier unten, gleich unten! Und wir haben auch zusätzlich noch ein Gedicht! Der Führer! Der Führer! Der Führer muss es vor! Das Riedgut können wir hier alle liegen lassen! Das kann sich ja hier die Terateloade auch mal! Ne? Das kann sich auch mal lernen hier! Aber hier sind noch siebenfängig zufrieden das Riedgutes! Freunde, das war noch cool!